Hallo Leute, willkommen zurück bei Clash of Clans mit der Auflösung des Rätsels. Der Tipp lautete ja, dass Gamer auch gut mit Zahlen umgehen können. Dementsprechend geraten in unser Ziel die Zahlen, die es hier zu sehen gibt. Und zwar nichts, was man im Dorf findet, sondern im Interface. Und wenn wir uns die Juwelen angucken, dann sehen wir dort die Zahl 1337. Und soweit ich weiß, ist das eine Zahl, die unter Gamern, korrigiert mich, wenn es anders ist, bekannt ist. Und das soll für Elite stehen. Das war es auch schon. Ich dachte, dass der eine oder andere darauf vielleicht kommt. Das ist mir nur eingefallen, weil die Juwelen so langsam steigen. Und irgendwann dachte ich mir, okay, da könnte man ein Rätsel draus machen. Und tatsächlich musste ich nicht mal ein Juwel ausgeben, damit ich die Zahl korrigiere. Es hat auf Anhieb so geklappt. Das fand ich auch ganz cool. Alles klar, Leute. Ich hoffe, ihr seid von dem Ergebnis oder der Auflösung nicht enttäuscht. Aber, oder vielleicht war der Tipp auch zu schlecht. Keine Ahnung, oder dass es auch nicht verbreitet. Schreibt mir mal, ob ihr das überhaupt kennt oder nicht. Okay, das war es erstmal von mir. Ich wünsche euch einen schönen Mittwoch. Und morgen ist schon fast wieder Wochenende. Bis dann, ciao.